Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater Brüder, in der Schrift wird gesagt, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Sklavin, den anderen von der Freien. Der Sohn der Sklavin wurde auf natürliche Weise gezeugt, der Sohn der Freien aufgrund der Verheißung. Darin liegt ein tieferer Sinn. Diese Frauen bedeuten die beiden Testamente. Das eine Testament stammt vom Berg Sinai und bringt Sklavin zur Welt. Das ist Hagar. Das himmlische Jerusalem aber ist frei und dieses Jerusalem ist unsere Mutter. Denn es steht in der Schrift, freu dich du Unfruchtbare, die nie geboren hat. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nie in Wehen lagst. Denn viele Kinder hat die Einsame, mehr als die Vermählte. Daraus folgt also, meine Brüder, dass wir nicht Kinder der Sklavin sind, sondern Kinder der Freien. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher fest und lasst euch nicht von Neuem das Joch der Knechtschaft auflegen. Wort des lebendigen Gottes Aus Psalm 113 Der Name des Herrn sei gepriesen, von nun an bis in Ewigkeit. Lobet, ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn. Der Name des Herrn sei gepriesen, von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang sei der Name des Herrn gelobt. Der Herr ist der Haben über alle Völker. Seine Herrlichkeit überragt die Himmel. Wer gleicht dem Herrn, unserem Gott, ihm, der in der Höhe thront, der hinabschaut in die Tiefe? Der den Schwachen aus dem Staub emporhebt und den Armen erhöht, der im Schmutz liegt. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas In jener Zeit, als immer mehr Menschen zu Jesus kamen, sagte er Diese Generation ist böse. Sie fordern ein Zeichen. Aber es wird ihr kein anderes gegeben werden als das Zeichen des Jona. Denn wie Jona für die Einwohner von Nineveh ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für diese Generation sein. Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen die Männer dieser Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Hier aber ist einer, der mehr ist als Salomo. Die Männer von Nineveh werden beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt. Hier aber ist einer, der mehr ist als Jona. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Und der mehr ist als Jona.